Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder so ein bisschen das Internet durchstreifen, etwas Interessantes gefunden, nämlich eine extrem krasse Slime-Farm, die so ziemlich nah am Optimum dran ist. Mehr geht gar nicht. Und hier sind riesige Dinge in Bewegung gesetzt worden. Wie man uns beim Hintergrund erkennen kann und was damit auf sich hat, das werde ich euch gleich zeigen. Außerdem noch einen kleinen Hinweis. Am 24. Oktober gibt es mein neues Buch im Handel, auch jetzt schon vorstellbar auf Amazon. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt das Intro. So, jetzt gucken wir uns die Karte mal ein bisschen genauer an. Ich bin hier mal reingejoint. Das ist auch auf der 1.13.1. Also neueste Version. Und hui, hier ist doch einiges passiert. Das Ganze ist eine Karte von Ilmango. Da habe ich schon öfters ein paar interessante Sachen gezeigt. Ich werde es auch wieder in der Videobeschreibung verlinken, sodass ihr euch das selbst anschauen und runterladen könnt. Der macht extrem coole Dinge und ich finde die auch genial. Deswegen ist es durchaus schwer, das mal in einem Video zu zeigen. Ähm, diese Karte ist sehr verwirrend in Gestalt. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Die Slime-Farm ist hier vorne. Die sieht folgendermaßen aus und ist auch komplex zu bauen. Theoretisch wäre es, glaube ich, noch möglich, im Survival das auch hinzukriegen. Man muss allerdings Badrock entfernen und innige Geschichtchen machen. Da gibt es verschiedene Tricks. Der eine oder andere funktioniert nicht mehr. Der 1.13.1 und der 1.13.0 funktioniert dann noch. Mit dem Drachen-1 zum Beispiel, der 1.13.1 nicht mehr leider. Ähm, deswegen, äh, ja, müssen wir da mal... Muss man da wieder ein paar andere Sachen machen. Ich würde mal kurz über die Farben drüber geben und auch mal ganz grob miterklären, was ich nicht genau im Detail weiß. Wieso ist halt, warum man hier zum Beispiel lauter Stufen setzt. Äh, hätte man nicht auch Slabs setzen können, dass hier nichts spawnt oder Fackeln setzen können. Macht das einen Unterschied. Und, ähm, warum man das exakt auf dem Nullpunkt machen muss, also auf der Höhe 1, so tief wie möglich. Das kann ich leider auch nicht genau sorgen oder verraten. Äh, zum generellen Aufbau der Farm. Wir haben einen Slime-Spawn-Chunk. Das ist dieser hier. Der ist genau abgesteckt auf die, ähm, auf die, auf die, äh, auf die Chunk-Grenze hier vorne, mithilfe dieser Eisenblöcke. Warum Blätter außenrum sind, kann ich auch nicht sagen. Ähm, achso, wahrscheinlich, weil auch keine Mobs draus fallen können, ja. Auf Glas ebenfalls nicht. So, ich mach die Chunk-Grenze noch weg und stell das Ding mal ein und dann zeigen wir mal kurz, wie das abgeht. Äh, für das Optimum ist es auch zu empfehlen, auf Hard zu stellen, weil bei Hard öfters große Slimes wohnen als kleinere Slimes. Und wenn ich das mal einschalte, ihr solltet sehen, geht das gleich extrem schnell und zwar richtig fix ab. Diese, ähm, Farm sorgt für 30.000 Schleimbälle pro Stunde. Und das ist viel. Also, du brauchst natürlich nicht so viel. Obwohl, den Joe wird's freuen, der braucht immer Schleimbälle auch in Sämtchen-Projekten. Guckt mal, wie das abgeht. Guckt euch an, wie das hier abgeht. Das ist alles rappelvoll. Und, boah. Ähm, Slimes werden hier Mitte in dem Slime-Chunk spawnen, dann nach außen laufen, hier hochhüpfen in der Richtung zu den Eisengolems. Weil die Eisengolems, ja, äh, werden von den Slimes attackiert immer. Und das sind einfach nur so Demo-Eisengolems, die einfach nur dastehen, damit sie die Slimes anlocken. Und wenn die Slimes natürlich hier draufhüpfen, wie ihr sehen könnt, hier sind Magma-Blocks, die killen sich daran selbst. Es gibt eigentlich keine andere Killstation. Magma-Blöcke grillen die Slimes weg. Und einmal unten drunter haben wir dann ein Minecart-System, was die gedroppten Slime-Balls, die obendrauf landen, einsammeln. Dann weiter transportieren nach außen, beziehungsweise obendrauf auf ein, ähm, System. Hier ist ein Hopper drin und die Hopper schicken das Minecart erst weiter, wenn es leer ist dann. Und unten drunter haben wir Dispenser, die ploppen dann, oder Dropper, die ploppen dann einfach die Slime-Bälle raus in den Wasserstrom, der einmal komplett um die Farm herumführt, bis nach vorne zur Sammelstelle. Und gut, jetzt bin ich gerade ein Spectator-Mod, jetzt spawnt nichts mehr, ne? Wenn es zum Beispiel ein Great-Domod geht, zack, geht das Spawning wieder an. Ähm, Sammelstelle ist an einer Ecke hier vorne, wo ist die Sammelstelle? Genau, ähm, hier kommen dann von überall die Slime-Bälle her. Und hier sieht man dann, ja, in der Zeit, wo ich jetzt hier war, ich hatte es vorher leergeräumt, ist hier sind jetzt, ja, vier Stacks Slime-Balls ungefähr zusammengekommen. Nur in dieser kurzen Zeit, wo eben gerade die Maschine, ja, am Laufen war. Das ist echt fix. Ich würde mal jetzt stehen bleiben, da sieht er gleich schon, wie sich das Inventar mit Schleim-Bällen füllt. Ohne, dass man was dafür machen muss. Boah, ich weiß, so ein Craft-Attack. Ähm, in den letzten Folgen immer, äh, in den letzten Staffeln auch immer, dass wir, äh, so ewig lang immer Schleime gefarmt haben, im Dschungel gegangen sind, auf Spawning gewartet haben, im Schwerti gekloppt haben, alle anderen Mobs noch nebenbei mit. Und jetzt geht's euch richtig ab. Ja, jetzt kommen hier auch endlich die Schleim-Bälle rein. Das ist schon, das ist echt heftig. Ähm, die Frage ist, kann man sich auch in die Nähe stellen? Ja, weniger, ne? Wenn du direkt dran bist, dann können Mobs nicht spawnen. Mobs spawnen nur, wenn du, ähm, 25 Blöcke entfernt bist oder so. Deswegen, Achtung, hier spawnt jetzt gerade nichts. Geh ich weiter weg, weiter weg, weiter weg, weiter weg. Jetzt spawnen sie beispielsweise und jetzt tauchen die auch wieder auf und dann sind wir in der richtigen Entfernung. Das wäre eigentlich das optimale Spawnverhalten. Ich glaub, wenn ich jetzt da hinten am Wasserstrom stehe, dann bin ich immer noch ein bisschen zu nah dran, dass alles hier komplett rundum spawnen kann. Aber das ist echt heftig. Guck mal, du kannst da zugucken. Und ja, ich bin einfach nur, ich hab Vanilla, keine Modifikation, kein nix. Und die spawnen einfach so abwarte ich schnell, weil alles hier im Umkreis gelöscht wurde und die komplette Mobs spawnrate sich auf diesen kleinen Chunk bezieht. Ja gut, auf jeden Fall eine krasse Farm. Ich hätt gedacht, ich würd's dabei belassen und testet selbst mal aus. Baut's danach, ladet euch die Map runter, schaut's euch ein bisschen an. Also für mehr gab's jetzt, glaub ich, nicht mehr im Detail dazu zu erzählen. Ich hoffe, es war interessant und wir sehen uns dann auch wieder in einem nächsten Video. Ich hab noch weitere Farmvorstellungen auf meinem Kanal. Schaut mal in die Playlist rein bei Tutorials oder Mapvorstellungen oder weiß ich nicht alles. Da gibt's jede Menge interessantes Zeug zu entdecken. Vergesst nicht, da vorbeizuschauen und dann bis demnächst, lass krachen und tschüss.